It's your boy. Herzlich willkommen zum heutigen Case Opening. Ewig lang nicht mehr gemacht, aber jetzt muss langsam mal wieder was geöffnet werden. Ich sehe es kommen. Wir haben hier auf dem Steam Account ja auch einiges an Kisten zu öffnen. Hätte ich die Finanzen, um alle zu öffnen, würde ich es machen. Aber heute machen wir für das erste Mal 10 auf. Das Ganze ist sponsert bei... Skinny Baroni, unserem Partner, wenn es darum geht, vor allem günstige Kies einzukaufen. Ja, guck mal da. 1,90. 1,92. Äh, 2,19. Vergesst übrigens nicht den Livestream, der heute um 18 Uhr stattfindet, ja? Also gleich. Kommt dazu. Also hier kann man auf jeden Fall zuschlagen, wenn man Kisten aufmachen möchte. Die Schlüssel sind hier eigentlich immer günstiger als auf Steam, außer der hier. Die Operation Wildfire-Dinger werden auch langsam alt und gewinnen dann halt, glaube ich, an Wert. Ja, ich habe für uns folgende Auswahl getroffen. Das sind eigentlich fast nur die neueren Dinge, also Prisma Case, Danger Zone, Horizon, Spectrum 2 und Spectrum ist eigentlich alles, was jetzt so recht frisch rauskam an Kisten die letzten paar Jahre. Und da schlagen wir uns einfach mal zu. Ich erinnere mich, dass diese Trades früher als ein Trade kamen. Also wenn man mehrere Sachen bestellt hat, war es ein Trade. Das war in der Handhabe zwar irgendwie etwas einfacher, aber so geht es auch. So, continue. Also meine Damen und Herren, fordern wir unser Glück auf ein neues heraus. Ja, wisst ihr, ich habe immer wahnsinniges Glück bei diesen Case Openings. Ich habe noch nicht mal einen Knife gesehen in meinem Leben. Also ich habe noch nicht mal dieses gelbe Ding gesehen. Mal schauen, ob es heute vielleicht anders wird. Was ist hier überhaupt drin in der Danger Zone? Das, äh... Aha. Hat die Neon in the Wall. Guck mal da. Make your industries. Machen wir mal Luft und den Drecksaktor. So weit. So gut. Naja, naja. Aber so einen mache ich noch auf, weil ich habe davon die meisten Keys. Was wünsche ich mir? Ich glaube, ich muss dazu sagen, was ich mir wünsche. Wo ich die Grenzen setze. Also ich würde sagen, von hier bis... Die untere Reihe ist schon mal ziemlich nice. Da kann man nichts sagen. Hier oben, die Signal ist ganz cool auf jeden Fall. Kann man die... Ah, die kann man auch direkt inspizieren. Aha. Also nicht, was ich mir jetzt wünsche. Ah, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal. Katz, wünsche mir Glück, okay? Guck, wie das da liegt. So, wenn sie gerade sterben wird. Guck mal. Kätzchen. Hey. Kätzchen. Bist du noch bei uns? Das ist der Schlafkapp. Das ist halt die Schlafkappe. Okay. Here we go. Hallo, Motherfucker. So, so. Die Black Sand. Ich verstehe schon. Auf ein neues. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal mit einer Horizon Case ein bisschen beruhigen. Was ist da drin? Lecker, schmecki. Was ist das für ein Ding? Das ist ein krass, das Teil. Okay. Ah, da ist diese Devorah. Oh, geil. Okay, komm schon. Die wir jetzt. Die wir jetzt. Die wir jetzt. Die wir jetzt. Ab. Jetzt. Ich maure die Augen zu. Ich kann es wieder am Geräusch erkennen. Das wird super. Nee, ist scheiße. Ah! Ich habe es leider gehört, dass es scheiße wird. Aber was sagt die Danger Zone Case? Das ist dann zu diesem Unglück. Sagt sie vielleicht, komm, lass mich dich hier rausziehen. Nimm eine gute, eine gute Sache und ziehe von dannen. Guck mal, ich drehe mich weg und ich höre wieder genau hin. Scheißdreck, ich bin wieder Scheißdreck. Ah ja. Oh, obwohl. Gute No Oxid Place. Okay. Okay. Wow. Ist schon ganz nett. Aber auch nicht perfekt. Ist zumindest der beste Skin von den vier, die wir am Start haben. Aber sonst, naja. So, jetzt haben wir von jedem nur noch eine. Prisma. Prisma haben wir zwei. Was ist da drin? Zugriff. Komm, nein. Komm, nein, die Olga jetzt. Okay. Ähm. Okay. Die Uncharted. Warum nicht? Das ist eigentlich ziemlich nice. Warum ist denn die blau? Warum ist denn die nur blau? Die ist doch eigentlich rot. Warte mal, da muss man jetzt nochmal kurz, oder? Da muss ich nochmal reinschauen. Halt, nee. Das war Spectrum 2 oder was? Was habe ich ja gehört? Das ist wieder was anderes hier, ne? Machen wir jetzt auch mal direkt auf. Zack. Da kann es zumindest nicht diese eine Kack-Schulzende dabei sein. Ich bin mir sicher, aus der letzten Kiste von diesen, von diesen anderen ziehen wir auch noch. Ja, okay. Das ist immerhin die Morris. Die ist nice, ja. Welche waren das? Die Horizon, ne? Wo diese eine scheiß Pump dabei ist. Nee, hä? Ach, die Danger Zone war es, gell? Die Black Sand. Komm, soll er mir sie direkt nochmal ausspucken hier. Komm. Gib mir die scheiß Black Sand, dann ist Ruhe. Okay, wir haben noch drei Kistelchen übrig. Jetzt wird es langsam eng. Die Spectrum, die Horizon, die Prisma. Ich mache jetzt die Prisma auf. Was ist denn, was ist denn da drin? Achso, ja genau, das ist das. Okay, komm. Gib mich. Beide Augen geschlossen. Ja. Ja, ja, ja. Vielleicht so ein Mittelgut? Ah, die Off-World. Ace King. Ah. So, zwei Kies haben wir noch. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Also, ich will Spectrum-Cases. Okay. Let's go. Come on. Show me. No. No. Mhm. Lieber die, wie die, die danach gekommen wäre. Ja, so eine Capillary ist schon ganz nett. Komm. Zumindest nicht so verschissen wie diese Black Sands. Okay, Horizon, du musst uns jetzt retten. Du musst uns rausziehen. Nimm vielleicht irgendwas, äh, Gutes. Komm. Ich gucke erwartungsvoll. Hm. Eine kaputte Pore. Ja, immerhin. Immer hin. Guck, wie sie am Ende noch rausgeschissen hat. Naja, komm. Ist jetzt mehr schlecht als recht, aber eine kleine Überraschung zum Ende hin. Naja, immer hin halt irgendwas. Naja. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. Kommt dazu. 18 Uhr geht's los. Fury Games, Skiffaways, Pipapo, Shazam. Die Sache wird's dann auch geben, aber halt nicht direkt jetzt, weil die ja einen Trade beim Namen haben. Ja, bis gleich im Stream.